Hey Leute, was geht ab für euch und willkommen hier zum großen Finale der Panini FIFA 365 WM 2017 Juventus-Turin gegen Bayern München. Die beiden Mannschaften haben sich durchgesetzt in der Tabelle. Beide haben sich in der Gruppe auf den zweiten Platz quasi qualifiziert und stehen jetzt trotzdem beide im Finale. Das ist krass, oder Leute? Das ist krass. Und was ich jetzt am Anfang noch rausholen wollte, mir hat das ganze Projekt hier mit der WM 2017 Panini FIFA 365 Source 5 riesig Spaß gemacht. Alleine schon eure Unterstützung bei jedem Video richtig, richtig geil. Hashtag Packs Army Leute, hält hier zusammen. Und ich würde sagen, wir schaffen hier heute nochmal auf das große Finale der Panini FIFA 365 WM 2017 die... Wie viele, Leute? Wie viele? 250 würde ich sagen, oder? 250 auf das große Finale der Panini FIFA 365 WM 2017. Und wer wird der erste Sieger sein? Der WM hier auf meinem Kanal. Das ist ja das erste Projekt, was ich so gemacht habe in so einer Turnierform. Sowas würde ich auf jeden Fall öfters machen, weil die Auslosung hat mir schon so viel Spaß gemacht, Leute. Das ist unnormal. Und die ganzen Spiele jeden Tag aufzunehmen, das war auch richtig, richtig cool in meinen Augen. Und ihr feiert die Videos. Mir machen sie mega viel Spaß. Also gibt es sowas öfters, oder? Was sagt ihr? Schreibt es mir dazu unten in die Kommentare, was ihr davon haltet. Vielleicht, ja, zu was kann ich noch sowas machen? Also jetzt, nächsten Monat nicht. Vielleicht, ich denke mal so, zur Magitex Serie. Ich denke mal, das mache ich zur Magitex Serie dann nochmal. Die Magitex Weltmeisterschaft oder die Magitex Meisterschaft hier auf meinem Kanal oder irgendwie sowas. Lasse ich mir da auf jeden Fall einfallen. Vier Stickertürchen gibt es heute. Natürlich auch im großen Finale. Juventus Turin gegen Bayern München. Sollte es 0 zu 0 nach 90 Minuten stehen oder 1 zu 1 oder 2 zu 2 oder 3 zu 3. Öffne ich so lange Tütchen weiter, bis wir eine Entscheidung haben, wer jetzt hier der große Meister der ersten FIFA 365 WM 2017 ist. Bayern oder Juventus? Also Juventus ist zu Hause. Juventus gegen Bayern. So rum ist es richtig. Und gestern gab es schon ein Spiel um Platz 3. Das El Clasico quasi hier in der FIFA 365 WM. Barca gegen Real Madrid. Playlist ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Und ich starte mit der ersten Halbzeit, Leute. Denkt an die 250 Likes. Ich würde mich riesig drüber freuen. Juventus Turin gegen Bayern. Wir starten mit der ersten Halbzeit. Und wir starten gleich mit einem deutschen Spieler, aber der Verein ist falsch. Johannes Geist, Schalke 04. Raoul. Franck Ribéry, das gibt es doch gar nicht. Franck Ribéry macht es wieder. Er macht sein drittes Tor hier in der FIFA 365 WM 2017. Und wieder ist es Franck Ribéry. Das gibt es ja gar nicht. Das gibt es nicht. Schon im ersten Halbfinale hat er zwei Tore gemacht. Oh mein Gott, Franck Ribéry hat sowas von Lauf. In der Gruppenphase wollte er nicht treffen, aber jetzt trifft er hier wie am laufenden Fließband hier. Roman Neustädter und Augusto Batalla. Aber natürlich, für Juventus Turin ist noch nichts vorbei. Drei Tütchen folgen. Fakt ist, Bayern hat jetzt hier schon mal das erste Törchen der Partie gemacht. Durch Franck Ribéry. Marco Verratti, Bianason, Giroux und Zambuesa. 0-1 für Bayern München. Also aktuell würde ein deutscher Verein hier die erste FIFA 365 WM 2017 klar machen. Bayern München führt durch Franck Ribéry. Und wir kommen in die zweite Halbzeit. Wir starten mit der zweiten Halbzeit. Und wir starten mit Gabriel von Flamengo. CR7, Pintili, Trebel und Fernandao. Letztes Tütchen. Wer ist das? Das ist Thomas Müller. Das ist Thomas Müller. Und das ist das 0-3. Und das ist, denke ich mal, die Entscheidung für Bayern München. Paris. Gonzalo Higuain. Jetzt geht es hier sowas von los. Anthony Lopez und Magnelli Torres. Und die Münchner ratzten sowas von aus. 1-3. FIFA 365 WM 2017 Sieger. Ist der FC Bayern München durch Thomas Müller, kann man es so quasi sagen. Wäre der Thomas Müller-Sticker nicht gekommen, hätte ja Gonzalo Higuain den Ausgleichstreffer gemacht. Das war nochmal ein richtig spannendes und packendes Finale, oder? Was sagt ihr? 1-3. Bayern München gewinnt. Und ich möchte mich jetzt nochmal bei euch allen bedanken für die Unterstützung hier bei der Panini FIFA 365 WM 2017. Einfach richtig geil von euch. Denkt an die 250 Likes. Morgen gibt es nochmal ein Video dazu, wo ich eine Auflistung mache. Wer ist der Erster geworden? Also Bayern Zweiter. Natürlich jetzt hier Juventus Turin Dritter. Natürlich Real Madrid. Barcelona Vierter. Und natürlich auch noch die Torjägerliste. Die interessiert euch, denke ich mal, auch. Die gibt es morgen nochmal in einem separaten Video um 19 Uhr. Das war es jetzt hier mit der FIFA 365 WM 2017, Leute. Wenn euch das Ganze gefallen hat und wenn ihr mehr solcher Projekte sehen wollt, schreibt mir natürlich unten in die Kommentare und lasst natürlich. Habe ich ja schon öfters jetzt heute gesagt. Ein Däumchen nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und Tschüssi.